hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge blerich was du mich verarschen komm rein wohin denn ich sehe dort schon den zettel wir gucken aber erst mal weiter ein neues foto patrick was ist denn hier eine neue videokamera ok ja mach auf komm das son of a bitch listen elis this is nothing personal really i'd kill you right then and there i swear but she she wants you she didn't say anything about the boy so look here's the boy here's what i want you to do go to the tree know which one gather a few of those white branches simple ja gut der kerl ist krank im kopf helis ok der kerl scheint wirklich ja nicht mehr alle latten am zaun zu haben und hier liegt schon wieder etwas das sieht aus wie keine ahnung diese kamera alter äh wo sind denn die weißen punkte hin die hier waren oh leu sagt bloß sie weist uns den weg hä ich soll solche äh dinger sammeln aber ich kann die nicht aufheben interessant ok hund du bleibst bei mir jetzt na so interessant da sind wir doch mal gespannt da lang was was ist das was was ist das bitteschön bitteschön wof ist das was ist hier los man was ist falsch bei dem bo bitteschön Ich will dich nicht verlieren, ich will dich nicht verlieren. Da ist er. Ich weiß, dass du da bist. Bezichtig jetzt, Alice. Deine kleinen Flaschläge wird dir nicht helfen. Okay. Ich will dich nicht alleine. Ich brauche deine Hilfe. Oh, ja. Oh, ja. What? A sign. Look for it, go where it leads. What the hell? Oh. 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 Okay. Heel. Heel. Ich sehe nichts mehr. Wo ist der nächste Wegweiser? Ach du Scheiße! Was ist das? Too close, Ellis. Too close. What's going on, boy? Da waren drei Baummenschen. Now stop. Turn left, Ellis. Yeah, I did. Now walk forward. Turn right, Ellis. Turn the computer through, Ellis. Slightly to the left. Slightly to the left. Stop fooling around. Yeah, just like that. You're doing good, Ellis. What the hell is wrong with this forest? What if it's not the forest? Maybe it's all in your head. It's not, but hey, whatever makes you feel better. Turn right, Ellis. What are you doing? Go forward. Slightly to the left. Yeah, just like that. Do you really want to mess with me, Ellis? Don't you remember what's at stake here? The kid? Why don't you remind him? No! No! Please! No! 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 Alter! Okay, da ist der Baum. So, los. Eins. Zwei. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich bin kranker Psycho. Oh, was ist das denn? Alter! Ach du Scheiße! Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich bin kranker Psycho! Warum zu nah dran? Hier geht der Weg lang, du Affe! Ich bin kranker Psycho! Ich bin kranker Psycho! Ich bin kranker Psycho! Ich bin kranker Psycho! Ja und jetzt Wie es weiter geht Das erfahren wir in der nächsten Folge Ich hoffe es hat euch gefallen Lasst einen Daumen nach oben Lasst Kommentare da Ich hoffe wir sehen uns zum nächsten Video Bis dann bleibt entspannt Genießt den Tag Und bye bye Bis dann